Und, äh, ei, ei, ei. Einmal reparieren, bitte. Und du? Auch. Ha, 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 ha. Ich hab ein Schiff vom Dominion. Breen Kriegsschiff. Ah, von den Breen, Entschuldigung. Stimmt, stimmt, von den Breen. Unknown, unbekannt. Ey, das ist ja mal geil. Als wusste ich gar nicht, dass das hier überhaupt möglich ist. Wie geil. Hm, Kubus, Kubus. Kubus. Na, ich hab nicht mehr so viel. Aber das Schiff sollte noch drin sein. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Hm, 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 hm. Schon wieder geschenkt. Na, so langsam wird's doch. So, die USS Aris. Was denn jetzt schon wieder? Naja. Wenn's auch mal hier ist. So, ein rein, bitte. Die Schlange wird immer länger hier. Ha, ha, ha. Oh, wie geil sieht das aus. Das ist... Das sieht ja mal echt geil aus hier. Ha, ha, ha. Äh, was ist hier jetzt los? Nochmal hinten anstellen. Trottel. Ich hoffe, ich hab jetzt genug Crewmitglieder. Ja, äh, Drohnen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Naja. Hallo. Hinten angenau. Schön hinten anstellen. So, hinten anstellen. Nächste. Na, schade. Aber ich bleib lieber hier hinten mal. Oder? Na, jetzt wird's aber nötig hier. So, jetzt geht's schneller. So, da sind die Schilde im Arsch. Was ist denn jetzt unten mit meiner Anzeige los? So, jetzt. So, du bleibst hier und beschützt meine Einrichtung. Da ist er. Ja, jetzt funktioniert's. Sehr gut. Du bleibst auch hier und beschützt meine Einrichtung. Ach nee, da war ich zu früh. Mist. Nochmal. Stell ich hinten an. Ja, der Kugel ist da heute jetzt natürlich wieder am längsten. Hm. Was könnte ich denn überhaupt noch bauen? Warte mal. Auch in die Lithium-Schiff. Nee. Kann ich auch gar nicht. Wie geil ist das denn? Naja, weil ich keine Minestation habe. Okay. 400 Lithium brauche ich noch mal. Das ist so. Ja, da. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Rumst die Bumst. So, du bist fertig. Schilde bei dir. Auch wieder in Ordnung. Sehr gut. So, du bleibst da. Oh, den will ich haben. Sehr gut. Nein, 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 nein. Das ist ein Mist. Da war ich zu spät. Cool, aber jetzt muss ich erstmal gucken hier. Nämlich dich. Nein. Die Eins. Und dich noch mit dazu. Das ist die Eins. Dann hier hoch. Und ihr beide seid dann die Zwei. So, die Zwei kann mal hier bleiben. Und mit der Eins geht's los. Auf Schiffssuche. Und wenn man dann genügend haben, also wenn ich hier das oben alles nochmal abklabastert habe, dann würde ich sagen, starten wir nochmal einen Angriff durch das Wurmloch. Eine ziemlich lange Mission stelle ich auch gerade fest hier. Und dann schauen wir mal, wie ich dann zurechtkomme. Ob der Computer immer noch reinskriptet. Weil so viele können sich da oben nicht aufhalten. So, was haben wir denn hier? Das sieht nämlich auch so aus, als wenn hier irgendwo irgendwas versteckt ist. Das ist nämlich alles so schön zu hier vorne. Ziel erfasst. Ich wusste es. Gem Hadam Schlagschiff schützt Schiffswerf des Dominions. Oh, ja. Fortfahren mit Assimilation. Komm, 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 komm. Nützt mir aber eh nix. Aber dann habe ich schon mal da, wo das Dominion ist. Weiß ich, wo es ist. Oh. Doch so viel. Hm. Das ist nicht viel. Ja, und bauen kann ich nämlich auch nix, weil ich nämlich keine... Ja. 200. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt hier eine schöne Sternenbasis, wo das Schiff nämlich hinmal kann. Du auch. Ah ja, wieso haben die denn jetzt wieder so wenig? Ach du ja sowieso. Du bist voll, du bist voll, du bist voll. Sehr gut. Dann, 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 dann. Du fliegst mal da unten hin. Ach, alles zugeparkt hier. Ne, du bleib mal hier oben. Was haben wir denn hier? Schilddisruptor. Setz die Schilder eines feindlichen Schiffes für kurze Zeit außer Gefecht. Hm. Schick, schick. So, dann bist du nämlich von der 2... Dum, dum, dum. Ähm. Du mit dazu. Dann gehst du nämlich hier runter. So, und mit der 1 schauen wir mal weiter hier. Alles aufdecken von der Karte. So, ist das schön. So, dann kicken wir mal da oben. Da ist schon wieder. Oh, so ein kleines Schiffchen. Der ist echt nicht schlecht aufgestellt, da Romulane. Hier muss man ehrlich sagen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Was war das? Ein Kanonenfutter. Hm, 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 hm. Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier? Gar nichts. Das ist nicht viel. Oh, doch, hier. Aber das ist Klingonen, ne? Schlag den Karten. Spezies Klingonen. Ja. Spezies Klingonen. Komm, komm, wir passen wir hier. Direkt nach runter. In Sicherheit. Du auch? Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Zack. Sehr schön. Komm jetzt hier. Sehr gut. Täusch mich nicht. So, dann haben wir hier oben direkt den nächsten Kandidat. Okay, das waren ein paar viele. Scheiße. Scheiße. Na. Stammt nochmal. Seid ihr des Wahnsinns? Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Ich habe Stopp gesagt. So, du jetzt erst mal runter. Da habe ich noch genügend. Hallo? Nicht kaputt machen, Mann. Besitze Positionen. Jetzt? Du? Ja. Zack. Ähm. Na. Oh, Leute. Dahin. Du sollst da hinbeieben. Sag mal. So. Sehr schön. Aber der Kugel ist nicht. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Ja. So, jetzt du. Ein Glück, dass der Kugel jetzt hier gerade runterkommt. Scheiße. Wie viele? Na, warte, mein Freund. Dich hole ich mir. Na, geht doch. Hm. Da sollst du auch nicht hinbeieben, du Trottel. Oh, das könnte jetzt schon ein Problem werden. Das könnte jetzt echt so ein Problem werden. Ich habe keine Kugels mehr. Hm. Hm. Oh, 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 oh. 400 aber. Moment. Ich könnte mir jetzt hier... Nein, weil ich sie nicht selber gebaut habe. Kacke. Hm. Achtung, gleich habe ich nichts mehr. Na, aber den Kugels kriege ich noch voll. Wow. Aber jetzt hier ist Feierabend. Ja. Ach, guck mal, er bleibt so lange da. Das ist gut. So, du brauchst noch jede Menge. Und die Schildstärke. Hm. Na, der bleibt genau nur wegen der Schildstärke da. Ja. Der Warbird. Naja, okay. Solange die Schilder heile sind, dann geht es ja noch so einigermaßen. So, ihr bitte bewacht. Ne, warte mal. Ähm, die zwei. Dann nehmen wir euch mit hinzu. Zack. Das passt nämlich sehr gut. Und ihr beschützt mir bitte diese Station. So, und der Kubus geht jetzt wieder da hoch. Okay. Sehr, sehr schön. Ähm. Komm, dann ziehe ich die auch schon mal hoch hier. Dann setze ich da die drei hin. Und ihr beschützt ebenfalls diese Station. Sehr schön. Was ist denn das? Da oben links. Was ist das denn da? Das hier unten hat die nicht. Seht ihr, hier oben links, dieses komische Viereck, was da steht? Hm, merkwürdig. Äh, wo ist mein Kubus? Da. So, euch geht's einigermaßen gut. Na, du hast gute Schilder. Da oben ist noch was von den Klingonen. Was haben wir da? Ah, wieder nur ein Waffencenter. Hm. Das möchte ich jetzt aber nicht assimilieren, weil ich hab nämlich jetzt schon kaum noch hier froh mit Glieder. Also Drohnen, meine Güte. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Ach, guck mal. Was ist denn mit der los? Wirst du hier mal mitmachen? Danke. So. Dem Klingonen auch etwas genommen. So, dann müssen wir da unten jetzt nur noch die Föderation und dann hätten wir eigentlich alles. Jedenfalls das, was mir so offensichtlich gezeigt hat. Sie erfasst. Spezies Ferengi. Marauder auf Bergungsfahrt. Vorbereiten auf Assimilierung. Wo denn? Da unten wahrscheinlich. Jawohl. Halt, 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 halt. Ach, ihr seid doch Nasenbären. Das wäre das. Warte mal. Die drei. Könnten wir ja oben die Minenstation mal beschützen. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen Dilithium. Und zu der drei. Warte, 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 warte. Zu der drei kommst du und du. Zack. Dann hab ich nämlich da oben auch ein paar Schiffe, die da sind. Äh, nee, 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 nee. Die eins will ich haben. So. Was haben wir da? Alle Rassen kommen jetzt aber hier echt zusammen. Das ist eigentlich ganz cool. So, da ist wieder so eine Scheiße im Weg. Äh. Wenn ich jetzt hier wieder nicht rauskomme, ne? Nee, sieht gut aus. Nee, da komm ich nicht raus. Kack. Hallo, würdet ihr mal... Na. Kage, Kage, Kage. Ja gut, aber das heißt, von hier oben kann dann schon mal nichts Feindliches kommen. Das ist gut. So, dann müssen wir einmal wieder hier raus. So, was machen jene welche hier? Der Ferengi-Marauder. Und der Bird of Prey ist da auch schon wieder. Sehr gut. Dann... Einmal beschützen. So, die Eins. Kommt dann bitte hier runter. Freunde, ich speichere nochmal. Weiter geht's. Ähm, jetzt müssen wir erstmal hier... Hier komplett runter. Och nee, das geht bis da unten hin. Aber gut. Dann sind wir da wenigstens geschützt. Hoffe ich jetzt jedenfalls, dass der Computer jetzt hier nicht irgendwo was reinskriptet. Das wäre dann nämlich echt scheiße. So, dann könnte ich hier unten bei der 2 mal schauen. Ähm, wer da... Guck mal, das Schiff ist so groß, die Anzeige passt gar nicht. Ähm, irgendeiner hatte doch hier... Du nämlich. Ah, du gehst. Du gehst auch. Du auch. Und du auch. Okay. Warum ist das eine Schiff da oben so lahmarschig? Das ist genau das mit diesem weißen Punkt da oben. Was heißt das? Ach, der hat die Minen. Da diese gravimetischen... Sollte ich einen gravimetischen Minen an der Hülle entdeckt. Okay, warte mal. Dann sollte man vielleicht mal hier runter und gucken, ob man das hier bewegen... Äh, bedingsen kann. Äh, bereinigen kann. Das habe ich aber auch noch nie gehabt. Graimetische Minen an der Hülle entdeckt. Tschüss. Deswegen ist der auch so lahmarschig. 1600, die Lithium. Hm. Was? Wie viel brauche ich hier? 800. Hm. Schiffsbau beginnen. Aha. So, Dalle. Jetzt ist er wieder da. Ja, sehr schön. Dann gucken wir uns... Was habe ich mit meinem Kieken im Moment? Gucken wir mal, was die Föderationssternbasis da macht. Die würde ich nämlich gerne erobern. Schrägstrich assimilieren. Ich glaube, das ist jetzt hier auch schon mit einer der längsten Missionen hier bei Armada. Das ist alles nur sehr schleppend vorangeht. Also ich muss auf jeden Fall durch das Wurmloch. Das ist die Hauptaufgabe ja hier. Aber ich muss natürlich auch dementsprechend Schiffe haben. Aber ich glaube, ich habe so langsam genug. Ich will mir das jetzt hier nochmal der Vollständigkeit halber einfach mal nur anschauen. Wo ist er? Da oben. Schlacht im Gange. Für Ration und Brinkstreitkräfte. Okay. Fortfahren mit Assimilation. Okay. Was, das war es schon mit den Schiffen? Ach, ja, ja. Das gefällt mir nicht. Ach, die Grünen sind ja auch noch da. Alle Schiffe wurden assimiliert oder zerstört. Begeben Sie sich durch das Wurmloch und beschaffen Sie das Omega-Partikel. Okay. Cool. 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 Cool.